So, jetzt möchte ich noch ein paar Tone spielen mit dieser Bass-Pozaune. Ich spiele eigentlich keine Bass-Pozaune, aber ich kann etwas wie sie spielen, das ist ein Wikileaksinstrument. Die Bass-Pozaune Die Bass-Pozaune Die Bass-Pozaune Die Bass-Pozaune Die Bass-Pozaune Die Bass-Pozaune Also, es kommt heraus alles, was können sie spielen. Also von unten Die Bass-Pozaune Die Bass-Pozaune Die Bass-Pozaune Die Bass-Pozaune Die Bass-Pozaune